Projekt Omega, das Kraftwerk. So, hier ist was ein bisschen offener. Oh, ne, was ist da wieder so Felsen im Weg? Ich raste aus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, das gibt's nicht. Hatte ich doch. Aber ich könnte ja auch mal... Ich hab doch ein Scharfschützengewebe. Na, wo ist es denn? Da. So, da. Nur fünf Munitionen? Egal. Also, das funktioniert, da brauche ich jetzt nicht mehr. Erstmal. Da ist Feuer. Ein kleines Lagerfeuer. Das ist natürlich scheiße. Kann ich das essen? Ne, das ist ein schönes Kaninchen gewesen. Lecker gebraten. Oh, wieder eine Siedlung. So, ich denke mal, wir können links und rechts. Gehen wir mal rechts erstmal. Was soll das heißen? Ich habe ihn nicht ausgefüllt. Warum sollte ich ihn dann schicken? Weiß ich auch nicht. Ich hab nicht darüber nachgedacht. Ach, das merkt sowieso niemand. Kein Mensch liest diese Dinge. Und wenn sie meckern, schicken wir einen neuen. Aha, was für Dinger. Soll ich da jetzt einfach so mal reinstürmen? Ja, schauen wir mal. Wie oft soll ich den denn noch treffen? Da kam wieder einer von irgendwo anders, wo es nicht hergeplant war. Wie könnte man das denn noch erledigen? Was haben wir alles? Bärenfalle. Toll. Handgranate. Oder ein wiegendes Kätzchen. Probieren wir mal das Kätzchen aus. Lass mich weg. Warum springt da keiner drauf an? Das ist ja blöd. Kann ich das hier einsetzen? Ja. Dann kann ich den vielleicht mit Schalldampf vererledigen? Helf mir, Genossen! Hä? Wieso helfen? Verdammt. Das war mal wieder scheiße. Komm sofort raus! Nein. Weg, 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 weg. Haha. Wir sind zum Kätzchen hingarannt. Was ist das? Ich weiß nicht, was es war. Hä? Was ist denn das jetzt gewesen? Hä? Von welcher Seite wurde ich denn da jetzt abgeschossen? Nein. Wie konnte der mich sehen? Hier ist Munition. Cool, hier oben bin ich versteckt. Das ist ein Zeitgenosse, aber so gibt es weniger Papierkrieg. Hehe. Ich hatte doch volles Leben. Hä? Diese Scheiß-Mission. Was haben wir denn noch zur Verfügung? Also dann betäuben wir den noch einfach ganz mal. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm, nein, nicht weg ran. Nicht. Weg ran. Okay, das war auch nichts. Äh? Diesmal vielleicht aus der Ferne. Schauen wir noch mal mit dem hier. Cool, wir haben genau ein Beruhigungsmittel. Helft mir, wenn ich bin, so schläfrig. Super, jetzt habe ich... Das hat absolut gar nichts gebracht. Ah, jetzt habe ich wieder Beruhigungsmittel. Hat? Oh, nee, na? Also das finde ich jetzt wieder scheiße vom Spiel. Hä? Sag mal, was soll denn das? Kann ich verarschen? Was soll denn das? Stirb! Hä? Also das blicke ich jetzt nicht. Ich hatte doch gerade noch... Nein, jetzt ist er nicht weitergelaufen. Irgendwie ist diese... Irgendwie ist diese... Hä? Nein! Ah, Mann, wieso zieht die die Waffe nicht? Äh, äh! Hä? Das ist anstrengend. Alles, was man sich so schön durchdenkt, klappt einfach nicht. Jetzt aber. Lieber tran Lippenbeisam. Aha, nicht... Davor. Beruhigungsmittel war nicht mehr ausgefehlt. Super. Ja, jetzt aber. Jetzt lass mich raus, lass mich raus. Schlüsselring finde ich gut. Okay, woher jetzt hin? Am besten da irgendwie reinschnellen und verstecken. Hier ist... Säure, Gas, Granate, Leben. Brauche ich gerade nicht. Hier geht's nach hinten raus. Hier ist ne Tür. Ah, wahrscheinlich... Ist das hier schon mit der Bombe? Da ist ein Loch im Zaun. Warte, vielleicht ist das da drin. Warum bin ich unbewassnet? Bitte! Öffnen. Hier ist irgendwas verschlossen. Ah, ich dachte gerade. Nein. Ich seh absolut nix. Ist da überhaupt was drin? Was hab ich überhaupt gemacht? Ah, da muss die Bombe rein. Okay. Wenn da die Bombe rein muss. Dann muss ich erstmal die Bombe holen. Und die ist bestimmt in einem anderen Gebäude. So wie ich das Spiel kenne. Hoffentlich steht der jetzt nicht auf. Oh, Mann. Alles in Ordnung? Klar, alles in Ordnung. Oh, jetzt wollen die alle Hilfe und alles. Scheiße. Warum bin ich hier versteckt? Hier ist Licht und alles. Habe ich eigentlich noch... Habe ich jetzt noch Leben oder habe ich kein Leben? Das sehe ich gerade irgendwie überhaupt nicht. Ich hoffe, das war der letzte. Aber speichern werde ich gerade nicht, denn ich habe irgendwie, glaube ich... Nee, kein Leben. Phosphor. Wir wollen nämlich dann nicht Phosphormunition. Das wäre doch viel einfacher. Ach, da habe ich keine Lust, das zu lesen. Äh, ja, aber so viel fehlt gar nicht mehr zu denen. 2000 Punkten. Habe ich auch jetzt keine Lust, ganz ehrlich. Könnt ihr euch anhalten und zuschauen, steht bestimmt was Witziges drin. Ach, ja, ein Blinzler ist gestorben. Gummistempel ohne Griff. Was bringt ein Gummistempel ohne Griff? Warum muss man ihn ständig bei sich tragen? Schutzpanzer. Ja, ich habe ein Sprengcover. Ah, jetzt kommt natürlich wieder einer. Ich meine, weiß ich jetzt, wo der ist? Ich meine, weiß ich jetzt, wo der ist. Ja, also das ist doch schon mal besser gelaufen. Mit der neuen Munition. So, was hatte ich hier noch? Hier warte ich gerade dabei, alles zu untersuchen. Da! Ein Spy Manual. Juhu, wir haben 2000. Ich glaube, da kann ich wieder was machen. Ähm, Tarnung. Tarnung wäre natürlich sinnvoll. Und für Ausdauer brauche ich mal 3000. Ach, dann mache ich mal Tarnung. Ja, das passt. So, ähm... Da ist nix mehr. Da ist nix mehr. Was ist das? Ach, das ist ein Schloss, das ich gerade geknackt habe. Da ist auch nix drin. Warum schließen die das ab, wenn nix drin ist? Na, ich speicher jetzt. So, fertig. Warum kommt hier die Gegnermusik? Beruhigungsmittel. Ah, wegen ihm. Da konnte er nix gegen ausrichten. Warte, ich will noch vorher, bevor ich die Bombe platziere, in dem anderen Gebäude gucken. Denn, und vielleicht ist da ja was. Da sind ganz viele... Dingsbombs. Hier geht's nicht. Da geht's nicht weiter. Okay, dann war da doch nix. Schauen wir nochmal, ob hier wir noch was von dem... Ach, ist schon nicht mehr da. Okay. Dann hätten wir hier alles erledigt und können die Bombe platzieren. Ah, leben, leben, leben. Ah, jetzt sind wir voll. Okay, okay. Dann auf jeden Fall speichern. Und die Bombe platzieren. Wow, 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 schnell weg. Nur wohin, nur wohin? Äh, das war jetzt aber ein bisschen kleiner, Wumms. Naja, wieder zurück. Ja, dann gehe ich nochmal zu der Hütte zurück und ich denke, das war's dann erstmal für heute. Ja, das war's dann. Wie nett, dass hier ein Fahrzeug steht, das werde ich gleich benutzen. Ja, und wieder zurück zur Hütte. Projekt Omega, immer nur Ärger. Ja. Ah, den Sprung nehmen wir noch mit. Nieder der unlogische Sprung. Sprungphysik. Hier ist nichts wie Spawn. Schade eigentlich. Ja, funken wir mal Unity an und haben damit das Kapitel 3 abgeschlossen. Nun kommt Kapitel 4, Agenten in geheimer Mission. Äußerer Hof. Nach Auswertung der amerikanischen Geheimdienstdaten ist Unity überzeugt, dass sich das Hauptquartier von Projekt Omega im Hauptarchivgebäude im Zentrum der Anlage befindet. Es ist mit strengsten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Kate wird also nicht leicht haben, ins Innere einzudringen, um die benötigten Daten zu beschaffen. Zum Glück kann sie im Schutz der Dunkelheit eindringen, was ihr einen kleinen Vorteil verschaffen sollte. Ja, wie das nun abläuft, sehen wir beim nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Tschüss.